Oh 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 oh, zwei Rote, hat er zwei Rote ziehen, dann wäre ich dort. Gott war das Endstress, score auf 75 plus. Oh, okay. Hier können wir die Strecke aufbauen. Mal resten Face Cards Das wäre halt wichtig aber wir müssten auch genauso gut pennen Das wollen wir wieder ein bisschen Leben regenerieren Wenn wir hier unten lang gehen hätten wir dann eh einen Pfad, den müssten wir gehen Oh ist das schwer jetzt Was hast denn du für Fünf Cotten Drei Cotten Flasch Ach du Scheiße Ne Ich gehe unten lang Auch nicht schlecht Drei 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 You can choose one option and the other will disappear. Auf jeden Fall das Essen. Komm mal Klemmert ins Rheinstimmen. Das war's. Ach, scheiße hier. Ach, die kamen, glaube ich, erst zum Schluss. Ach, scheiße hier. Das ist so langsam anstrengend. Was haben wir denn hier Schönes? Sie ist teuer. Ja, was ist teuer? Teuer ist relativ. Aber hier hat man dann so ein Casino hinterher. Wir gucken mal hier rein. Ich kann halt auf eine Sprott zichten. Du Scheiße. Mal sehen, was es im Casino Schönes gibt. Oh. Oh, Ninja gegen Ninja. Oh, der ist aber viel stärker aufgestellt als ich. Backsack. Stotchen. 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 normal Backcheck Okay Hier hatten wir 4D, 7D und 3D Ich spiele mal so, als ob es ums ganze gehen würde Dann wäre mir das Geld in erster Linie egal Ich würde lieber die mitnehmen Und an zweiter Stelle die Also könnte man die 7 hier hin Die beiden schon mal hier hin Der hat hier ausgerechnet ein Ass oben liegen Ich würde die beiden erst mal hier rein nehmen Den hier hin und noch einmal Hidden Hidden Track Und die bilden müssten wir dann hier mit Da hätten wir zwar das Geld nicht Aber Ey, darf ich das nicht? Ach du Scheiße Wenn der immer passt ist, dann darf ich Gott sei Dank hat man das jetzt für den Fall Okay, da muss ich mir das echt überlegen Überlegen du So was haben wir denn hier? 39 Leben, das wäre schon nice 3 von den Dingern und 7 von denen Die beiden will ich unbedingt Die beiden will ich unbedingt Ist dort Scheiße, Scheiße Das Leben nicht, aber Naja, ich meine Da können wir jetzt wieder ordentlich dodgen Oh nie schlecht Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh Gott Oh Gott, hoffentlich komme ich bis dorthin Das hatte ich noch nie Die ist 26 26 26 oder höher Ist ja bei 3 Karten eigentlich keine große Kunst Alles was 9 oder höher ist 4 Karten straight 4 Karten straight 3 Karten straight 4 Karten straight 4 Karten straight Hier können wir aber nicht mit dodgen arbeiten Hier können wir aber nicht mit dodgen arbeiten Bei Lightning bin ich mir gar nicht so sicher Ja Gut, das ist irrelevant Ich glaube hier können wir wirklich mit dodgen arbeiten Bei ihr Hopp anywhere ahead on the world map Except past world bosses Hopp anywhere ahead on the world map If you land on the enemy, it's stunned If you land on the enemy, it's stunned Ok Wir gehen zuerst ins Casino Ach das ist wieder das Ok Wir nehmen dieses Mal mit Das Leben wieder Das ist komplett useless Also Leben und Geld Leben hat Vorrang Leben hat Vorrang Geil Geil Sehr nice So als nächstes würde ich Das nehmen Gehen wir in den Dungeon Und dann wenn wir den überleben mal schauen Gehen Sch Ich Gehen Ich Gehen Sch Sch Untertitelung des ZDF für funk, 2017